Was tun gegen Angst? Ey, meine größte Angst sind wahrscheinlich Cowboys mit Lichtswerden. Also hier lässt sich doch optimal twiften. Ich bin heute nicht so gut drauf wie sonst immer. Das hängt damit zusammen, dass ich Streit mit meiner Freundin hatte. Ich war letztens mit meiner Schwester unterwegs. Wir werden jetzt das krasseste Event des Jahres starten und zwar werden wir jetzt am Song weiterschreiben. Hey, hast du schon von Jerkmate gehört? Es ist kostenlos, unterhaltsam und macht sücht. Macht mal bitte mit dem Like-Button genau das, was ihr auch mit eurer Cousine machen würdet, okay? Also vergeb...